Hallihallo, hier ist Rosemarie Engel mit dem Adventskalender. Da ich gestern auf dem Weihnachtsmarkt war und keine Zeit hatte, gibt es heute erst am 2. und ich habe mir so gedacht, zum ersten Adventskalender stelle ich euch mal rein, was ich vorhabe. Also ich garantiere nicht dafür, dass ich jeden Tag schaffe, etwas reinzustellen. Ist was. Ja, dahinten sind Dings. Clementinen. Nein, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, etwas reinzustellen, aber ich werde es versuchen. Und ich habe vor, zwischen den Jahren, also am 27. wahrscheinlich. Also ich weiß nicht, ob das auch klappt jeden Tag, aber ich werde es auch versuchen. Also, dass ich da so mehr so ein bisschen kritische Dinge rein stelle, um halt auch so ein bisschen so den Übergang zum neuen Jahr, also so mit den Vorsätzen und so und halt nur so ein paar Sachen zum Nachdenken. Würde ich jetzt sofort am liebsten machen, aber nee, das machen wir mal nicht. Das lassen wir für nach Weihnachten. Erstmal jetzt besinnlich sein. So, also ich, wie gesagt, ich versuche jeden Tag reinzustellen. Wie gesagt, es hat jetzt schon gar nicht geklappt. Der erste, den habe ich verpasst, aber das hier, dieses Video steht für den ersten. Und bis gleich bei dem Advents, ersten Adventsvideo. Tschaui! Absolutely. Okay!